Ich war neun Jahre alt, als ich meinen ersten Olympic-Buch gelesen habe. Ich werde morgen 77. Laufen ist ein instinktiver Bewegungsdrang, verwurzelt in der menschlichen Natur und wirkt sich positiv auf Gesundheit und Fitness aus. Wir wollten einfach mehrere Jugendliche in einer Mannschaft zusammenschweißen. War dann endgültig klar, Berlin ist mehr oder weniger die schnellste Strecke der Welt. Sportler sollten einfach sehr, sehr, sehr viel Obst essen, da holen sie sich die Kohlenhydrate und die Vitamine. Während eines Wettkampfes tritt man in Kontakt mit seiner inneren Kraft und stößt an seine Grenzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.